einfach aber macht man aber das war ein halt schuss der geht hoch richtig nice richtig nice ja all clear natürlich ist all clear wenn ich hier bin du lullo du komm lass mich voll rutschen ich rutsche auch bergauf ist kein problem aua ja wo ist denn der wo zum geier oh ich weiß wo volltreffer the next one please voll entschieden da kriegt man geile punkte ja das könnt ihr die ganze zeit machen so noch geiler wie sniper elite oh fuck oder nee habe ich gedacht da versteckt sie was das glaubt wirklich kann es kann entkommen oh target lost scheiße man muss in die richtung ziehen wo das ist und mit der maus nicht rumeiern sonst ist nämlich die kugel weg das habe ich schon entdeckt nein fuck der schwein aber so leicht ist die sonne dann aber lustig lustig da ist so ein pisser kann man werke ein bisschen schneller ecchi headshot aber macht das laune macht das laune macht das laune der nächste sniper okay boom digger noch einer da ist irgendein irgendeiner ist doch da der traut sich nicht glaube ich mhm alles clean behind the crates oh okay wir gehen da runter das mach mal easybeasy das mach mal easybeasy schisser wie er abhaut das ist ein vergesungen oh jetzt aufs maul jungs aber hier geht die muni gleich aus bei der waffe vielleicht sollte er auch die pumpe nehmen wir nicht dummer hugo ja und da was haben wir gut 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 das gibt nix über den pumpen gottse dank man gibt's oh was ist die da für uns hallo das könnte mitnehmen da. Das explodiert sich ja gut. Geh rein da. Entschuldigung, Ichi. Der kriegt das noch unvervoll drauf. Das nehmen wir jetzt mit. So. Haben wir sicher einiges wieder verdient. Das läuft, das läuft. Ich will die Sniper-Upgrade. Die ist so geil. Oder die Pumpe. Das wäre auch geil. Ich bin neugierig, was bei der Pumpe für ein Special Dings Bombs gibt. Oder bei der Sniper. So. Das können wir noch nicht. Dann würde ich sagen, wir machen die Kapazität hoch. Und... Ja, Moni kann ich mir nicht leisten. Scheiße. Scheiße. Scheiß drauf. Muss man nicht haben. Geht auch an das. Scheiße, komm mit mir. Hallo, Ichi. Loller. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Bauen wir ein bisschen Entdeckung hier. Bauen wir ein bisschen Leben wieder. Wo ist der Scheiße? Ah, da hinten. Was haben wir noch? Ah, das nennt man jetzt. Alter, ich brauch Muni, Leute. Das ist jetzt nicht so gut. Kann man die nicht irgendwie so... Boah. Geil. Oh, läuft soweit. Attacke. Weck da. Hier gibt's was. Sehr schön, das war... Muni. Muni, 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 Muni ist immer gut. Oh, da Ichi wartet schon. Das sind lauter Psychopathen. Weißt du was? Voll in die Fresse. Den dicken Garvelin haben in den Sniper. Was heißt dicken? Dicken ist relativ. Nein! Shit! Gut. Wo ist denn wir davor, ja? Die Wumsen, Wumsen, hab ich keine Muni. Wir müssen nie die nehmen, ja. So. Stirb, Arsch. Wie viel Schüsse denn noch, Mann? Ich hab kein Muni mehr. Gibt's hier was? Ne. Oh, scheiß Muni. Nein, läuft doch. Komm ich hier. Let's go. No, scheiß Muni. Ich meine, was werden wir tun, wenn sie sie beitzt? Was werden wir tun? Wir werden sterben, Gray. Sie ist unser einzigartig zu Serrano. Unsere sole ist eine Ausgabe. Ah, ja. Aufzugsmugge. Ja, wir müssen Muni kaufen. Ne, ich krieg ja sonst nie Muni zusammen. Das ist voll käsig. Bin überall außerhalb von Muni. Also da haben wir alles. Ähm. Pumpe kaufen wir. Die Waffe hier, die benutze ich nicht so. Der Schneider, der ist nicht so meins. Was wir aber benutzen, ist das. So, Unlocked Charged. Da brauche ich Kohle ohnehin. Das kann jemand leisten. Dann kaufen wir uns bei der... Warte mal. Ja, das ist die Pumpe. Kaufen wir uns Pumpen, Muni. Das ist das Wichtigste. Läuft. Das ist die Pumpe. Oh scheiße. Scheiße. Die kannst du nicht reinziehen. Das ist richtig lästig. Aua. Was die Muni brauchen, ey. Lass sie mir drauf gehen. Ekelig. Da ist er runtergeblümselt. Die Muni verbrauche es hier grauslich. Da hat er aber wieder... Da hat er aber wieder ein bisschen... Ernsthaft? Lol. Ey, das muss man sich nochmal geben. Mmh. Lecker, lecker. Arscheintopf. Haxen. Alter, wer hat sich denn da ausgelassen, ey. Ohne Scheiß. War der Typ von Daison unterwegs, oder was? Was? Sie ist ein paar Flüge auf. Okay. Okay. Get military. Got a fight waiting for us. Akt 3, Chapter 2. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht. So, was sollen wir jetzt schönes machen, ne? Oh ja, der lacht blöd da oben. Oh, das schaut nach Bombe aus. Hau mal ab hier. Äh. So, schauen wir mal. Können wir was machen hier? Ich würde sagen, Muni kaufen. Sehe ich's gescheit, dass der was machen kann. Vielleicht so Sniper-Muni. Das wäre nur geiler. Kaufen wir ein bisschen Sniper-Muni. Und Pumpen-Muni. So. Mehr habe ich eh nicht. Das sind überall diese Homos da oben. Lass mich hier nicht verarschen. Daher. Habe ich den getroffen? Hala! Scheiße! Die kann er nicht runterholen. Dann mit der Pumppuppe hat zwar nichts. Das sehe ich schon. Hatschot. Die sind ganz schön lästig, die Pisse. Aber voll in die Fresse. Aber voll in die Fresse. Manche brauchen's halt, ne? Oh, was ist? Komm her! Voll den Hals geschossen, geil! Voll die hässlichen Maden, ne? Schau lästig, die Typen. Ist es über mir einer, oder was? Sicher einer, Jungen. Pisser. Scheiße, eben nur mit 23 Schuss. Ey, ich muss den nehmen hier. Puh, voll in der Arsch. Hauptsache getroffen. So ist es jetzt ruhig. Wahnsinn, bin ich hier. Schau mal, können wir hier nicht irgendwas noch... Gut, wenn man so neben so einem Dreck da steht. Das hat schon Vorteile. Wir kaufen ja jetzt Money. Für die Bumsen-Bumsen. So. So jetzt, oder? Warum ist ich denn hier überhaupt hin? Okay, das muss man anders machen. Das machen wir anders. Was ist das? Scheiße. Schaut auch Kahl was hier. Oh, Scheiße. Ders up, Gagonga. Ich brauche Muni, 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 mir fehlt überall Muni. Ich kann ja da mal Muni kaufen, sonst komme ich nie zum Upgraden, das ist blöd. Aber wir brauchen hier zumindest einmal ordentlich Muni. So, da kann man arbeiten. Das ist die billige Muni sozusagen. Das geht. Was ist eigentlich da draussen? Gar nichts. So, billige Muni vor dem Win, mach mal auf da. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018